Hallo du Reisfan! Vorsicht, heute wird's so richtig scharf! Unser Spicy Spice Reisgewürz verwandelt nämlich den blumigsten Reis in eine würzige Versuchung. Mal ehrlich, lass dir das auf der Zunge zergehen. Würzig scharfe Chilis, rauchige Jalapenos und scharfer Ingwer. Scharf, aber nicht zu scharf. Und natürlich in besserer Bio-Qualität, vegan und glutenfrei. Die Anwendung ist total einfach. Koche deinen Reis einfach wie gewohnt im Reiskocher oder Topf und gib die Gewürzmischung direkt hinzu oder nutze sie als aromatisches Topping. Wir mögen ja Spicy Spice am liebsten in einer bunten Butterbowl, in einem scharfen Curry und nicht zu vergessen in einem feurigen Chili. Alle leckeren Rezeptideen findest du in der Beschreibung, aber natürlich auch in unserem Reishunger Rezeptbuch. Und, traust du dich? Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß dabei und guten Reishunger! Untertitelung des ZDF für funk, 2017